Deswegen ist diese alte Rede, dass Naturwissenschaft und Theologie oder Sinnwissenschaften miteinander nichts zu tun hätten, völliger Schwachsinn. Eigentlich können wir als Sinnwissenschaftler, Theologen sind Sinnwissenschaftler. In der Sendereihe Lesch trifft schwarz, wirft der bekannte Astrophysiker Harald Lesch wieder einmal seinen Ruf als Wissenschaftler in die Waagschale, um sich zum willfährigen Steigbügelhalter für religiösen Unsinn zu machen. Das wird besonders deutlich in der Folge Hysterie ist auch keine Lösung, wo sein Priesterfreund Thomas Schwarz erklärt, Theologen seien Sinnwissenschaftler und Lesch sich widerspruchslos darauf einlässt. Das ist besonders ärgerlich, weil Lesch eigentlich genau weiß, dass das Blödsinn ist. In einer Folge von Terra X, Lesch und Co. mit dem Titel Wie Pseudowissenschaftler uns belügen, macht er sich nämlich völlig zu Recht über Pseudowissenschaften wie kosmische Rhythmen, Lebensenergie, Erdstrahlen und so weiter lustig und erklärt anschließend, was richtige Wissenschaften ausmacht. Offenbar muss man Harald Lesch eine Inselverarmung attestieren, die ihn daran hindert, zu erkennen, dass Theologie, seinen eigenen Erklärungen zufolge, ebenfalls Pseudowissenschaft ist. Wissenschaft erkennt man daran, dass eine empirische Hypothese an der Erfahrung scheitern können muss. Das heißt, es gibt ein Experiment oder eine Beobachtung, die nicht nur von einer Person, sondern die von möglichst vielen Personen, unabhängig von Traditionen, von kulturellen Hintergründen oder sonst irgendwas gemacht werden kann, zeitlos, also unabhängig von der Zeit und unabhängig vom Ort, überall durchgeführt werden kann. Natürlich mag es Schwankungen geben, aber im Wesentlichen ist das Resultat immer das Gleiche. In der Wissenschaft zählt das Prinzip der Falsifizierung. Eine Hypothese muss überprüft werden können und dann stellt sich raus, wenn diese Hypothese eine Prognose macht, eine Vorhersage und die muss überprüfbar sein, also wenn die Vorhersage sich einstellt, dann ist die Hypothese bestätigt. Das heißt nicht, dass sie wahr ist, das heißt nur, dass sie richtig ist, also noch nicht falsch und mehr nicht. Nun, bei den Pseudowissenschaften ist es so, es werden immer nur Einzelereignisse angesprochen. Diese Einzelereignisse werden von einzelnen Menschen angesprochen und es gibt überhaupt keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Weder statistisch, das heißt in einem mehrfachen Versuch, noch ortsungebunden, noch personenungebunden, noch traditionsungebunden. Das sieht man übrigens tatsächlich daran, dass es auf der Welt unglaublich viele verschiedene esoterische Strömungen gibt, die sich mit solchen pseudowissenschaftlichen Aussagen im wahrsten Sinne des Wortes über Wasser halten. Während zum Beispiel von Physik, Chemie und Biologie, also von diesen empirischen Wissenschaften, gibt es nur eine Form. Und zwar in China genauso wie in Australien, in Argentinien genauso wie in Russland. Es scheint sich also tatsächlich um eine Form von Wissen zu handeln, die global, überall auf der Welt ausgetauscht werden kann, während bei den Pseudowissenschaften handelt es sich um sehr, sehr spezielle, außerordentlich, ja, individuelle, in Anführungsstrichen, Wahrheiten, die meistens gar keine sind, sondern meistens nur Geschäftsmodelle, wie sich herausstellt. Und zwar in der Zeit, wie sich herausstellt, wie sich herausstellt, wie sich herausstellt,